Das ist nicht gut. Den Job vor Augen. Wir müssen am Leben bleiben, wenn wir den Patienten retten wollen. Das Chaos ihres Lebens im Rücken. Ich hab angenommen, dass er der Chef ist, weil er so groß ist und so groß. Das Feuer im Herzen. Das ist ein Ethanolfeuer. Mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Von den Schöpfern von Grace Anatomy Seattle Firefighters Die neue Serie. Nächsten Mittwoch 21.15 Uhr 21.15 Uhr